Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Altcoin Update Video. Wir schauen uns heute Kronos, Crypto.com, wie auch immer es mittlerweile heißt, etwas genauer an. Die Fragen waren da und viele sind ja auch dort investiert, beziehungsweise auch schon länger investiert. Ich persönlich bin da überhaupt nicht mit drin, ich nutze auch die Karte nicht. Ihr könnt aber gerne mal unten eure Erfahrungen mit der Karte reinschreiben. Sind immer noch so, der Bonus oder das Cashback immer noch genauso hoch, ist die Karte immer noch so gut. Schreibt es unten gerne mal rein, würde ich mir gerne mal ein paar Meinungen reinholen. Weil es ist immer mal gut, ein paar Alternativen zu haben. Auf jeden Fall werden wir uns das heute mal ein bisschen charttechnisch angucken. Was ist möglicherweise im Bullrun drin, was ist kurzfristig drin, wie sieht das Ganze aus. Das werden wir uns auf jeden Fall jetzt angucken. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram Talk und Signal Gruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt ihr gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und ja, wenn ihr das Ganze auch traden wollt, dann kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX empfehlen. Denn dazu findet ihr auch den Link unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr auch, glaube ich, mittlerweile grow und alles auch traden. So, jetzt aber rein in die Analyse. Also wir schauen uns mal, Kronos, mal ganz kurz auf CoinMarketCap an. Wir haben 2 Milliarden MarketCap, Circulating Supply, 83 Prozent. Ob das so stimmt, kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Man kann es auf mittlerweile allen Börsen und sowas traden. Und wir sehen auch, wenn wir so den Chart mal auf All so einstellen. Wir hatten unser All-Time-High hier oben bei 89 US-Dollar Cent. Das heißt, von jetzigen Kursen aus wären das knapp 10x, die man hier machen könnte, in Anführungszeichen. Ich glaube da ehrlich gesagt aber nicht so wirklich dran, dass wir dieses All-Time-High hier jemals noch sehen würden. Warum? Da werden wir uns das gleich nochmal den Chart ein bisschen genauer angucken. Da würde ich auch sagen, fangen wir direkt an, mal mit so einem kleinen, ja, Zurückblick, was ist so passiert. Wir hatten hier unser Tief im Oktober 2023. Das war auch so diese große Buy-Zone, die wir hier unten mal eingezeichnet haben. Das war diese Zone, die ging von knapp 5 Cent oder knapp 6 Cent, sind wir jetzt mal ein bisschen optimistischer, bis 0,047 US-Dollar Cent. Das war die Buy-Zone. Ich habe, wie gesagt, nicht da eingekauft. Crow für mich kein Projekt, wo ich erstens investiert bin, zweitens, wo ich überhaupt irgendwie drin bin. Ich fand damals die App absolut nur Rotz. Habe das mal getestet, war aber überhaupt nichts für mich. Deswegen habe ich da ein bisschen Abstand genommen für mich. Wenn ich sowas nutze, muss es easy zu handhaben sein und ich bin einfach mit der App und mit der Karte überhaupt nicht zurechtgekommen. Aber egal, das war auf jeden Fall die Kaufzone. Die hat auch sehr gut gesessen. Wenn wir jetzt mal von der Oberkante rangehen, gab es hier einen Anstieg von knapp 120%. Wer sogar ganz unten eingestiegen ist, waren es sogar knapp 160%. Also hier konnte auf jeden Fall sehr, sehr viel mitgenommen werden von euch. Ich denke auch, dass ihr, wenn ihr meine Strategie fahrt, ich war ja immer bei Altcoins so, sobald ein Altcoin 100% pumpt, nehme ich mal in Einsatz raus, habe nur noch Gewinne drin. Das war auch hier erst einmal die richtige Entscheidung, wer das so gemacht hat. Wenn wir uns auch mal hier das FIP-Level ziehen, sehen wir, okay, es gab dann erst einmal eine stärkere Korrektur. Vor unserem Top hier oben bei 12 Cent ging es dann kurzfristig mal runter mit 41% auf knapp 7 US-Dollar. Mittlerweile haben sich die Kurse ein bisschen eingependelt, sind trotzdem doch knapp 35% dies hier nach unten hingegen. Das hat natürlich einerseits mit diesem exorbitant großen WIC zu tun, hier am 3. Januar direkt zu Jahresbeginn. Perfekt runter ins Golden Pocket, aber solche WICs werden natürlich auch gerne oder gut und gerne immer wieder aufgefüllt. Und das war auch dann hier der Fall. Jetzt haben wir hier noch einen WIC drin, bei knapp 7 Cent eben. Und der Kurs will sich nicht so wirklich erholen. Wenn wir uns das mal in den kleineren Timeframes ganz kurz angucken, so auf dem 4-Stunden-Timeframe, sehen wir, okay, elendig langer Docht, keine Ahnung, ob da irgendwelche News kamen oder sonst was. Was, wie gesagt, ich bin in dem Projekt nicht drin. Wenn ihr irgendwas wisst, schreibt es gerne mal unten rein, weil das ist schon sehr, sehr heftig hier innerhalb von ein paar 4-Stunden-Candles. Ein 30%-Dump, das muss man erstmal hinkriegen, das ist mal das eine. Auf jeden Fall ging es dann zweimal direkt ins Golden Pocket rein, sogar den Pivot vom letzten Monat eigentlich relativ gut getestet. Dann kam die Erholung, aber so richtig erholen will sich der Kurs derzeit nicht wirklich. Natürlich auch Bitcoin derzeit ein bisschen in der Seitwärtsphase, keine richtige Altcoin-Season, aber wirklich viel Druck scheint hier nicht drin zu sein, vor allem nicht, was das Volumen anbelangt, was sehr, sehr wenig Volumen hier, also muss man schon ehrlicherweise sagen, es ist sehr, sehr wenig Volumen hier im Markt, gefällt mir ehrlich gesagt auch nicht wirklich gut. Wenn wir uns jetzt nochmal das FIP-Level ziehen, von unserem letzten Zwischentop hier oben bei knapp 10 US-Dollar-Cent, sehen wir, okay, wir haben jetzt erstmal den Pivot hier vor der Nase bei 8 Cent, also 0,087 Cent, und dann das Golden Pocket hier bei 0,97 US-Dollar-Cent. Also es sieht nicht wirklich bullisch aus, kurzfristig, dass wir hier vielleicht nochmal hochkommen. Ja, Möglichkeit, aber übergeordnet gehe ich hier sogar ganz stark davon aus, dass wir nochmal tiefere Kurse sehen. Hat natürlich auch damit zu tun, weil ich bei Bitcoin auch nochmal von tieferen Kursen zwischen 30.000 und 35.000 US-Dollar ausgehe, auf jeden Fall, aber richtig bullisch sieht das nicht aus. Divergenz auf dem Daily haben wir hier auch momentan nicht vorliegen, wir haben einen relativ langen Docht mit sehr, sehr wenig Volumen, alles nicht wirklich bullisch, und wenn wir uns dann mal den Chart nochmal etwas genauer und sogar nochmal ein bisschen hier in die Vergangenheit reingucken, 8. November oder hier generell November 2022, seht ihr hier war unser Zwischenhoch bei knapp 0,128 US-Dollar-Cent, also das heißt bei 12 US-Dollar-Cent. Dieses Hoch haben wir nicht mal annähernd hier oben angetestet und sind auch nicht drüber gekommen. Das heißt, wir sind technisch gesehen hier immer noch in einem Abwärtstrend, das heißt, die Struktur ist nicht gebrochen und das war nur eine kleine, wie man so schön gerne sagt, Bärenmarkt-Rallye, zumindest vorerst. Natürlich sind wir hier ins Golden Pocket reingekommen, ich rechne aber hier sogar nochmal, also für alle, die hier nochmal einsteigen möchten oder nochmal eine Kaufzone brauchen, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir hier vielleicht sogar nochmal ins 0,786 reingehen, das heißt hier bei 0,064 US-Dollar-Cent, um auch diese ehemalige Range, die wir hier hatten, beziehungsweise hier auch ein bisschen Probleme hatten, hier in diesem Bereich, noch einmal zu testen, diese Zone geht dann bis knapp 6 US-Dollar-Cent und von hier aus dann nochmal einen neuen Anlauf nach oben hin starten. Wir können jetzt mal ein bisschen so zur Langfristprognose, also wie gesagt, das waren die zwei großen Kaufzonen und wie ich das handhaben würde, wenn ihr nicht warten könnt oder denkt, boah, ne, meine Analyse ergibt, wir gehen hoch to the moon, dann könnt ihr hier schon mal mit 50% reingehen in den Markt und ansonsten die zweite Kaufzonen dann hier unten weiter aufteilen und hier weitere 50% machen. Wie gesagt, wir hatten, oder ich habe es ja am Anfang des Videos schon gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass wir hier nochmal ein neues All-Time-High sieht. Woran liegt das? Wir haben mittlerweile sehr, sehr viele Cashback-Anbieter. Wir haben mit Crypto.com, wir haben diese Bluetooth-Card, wir haben Renegade in den Startlöchern, ich habe euch Nell vorgestellt, wo US-Marketing und alles dann vorgeht. Es gibt mittlerweile hunderte Karten und es werden immer, immer mehr kommen und Grow hat mittlerweile, also Crypto.com hat mittlerweile seine Dinger ziemlich runtergesetzt, was ich immer so ein bisschen mitbekommen habe. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass wir hier nochmal das All-Time-High hier oben bei knapp 95 US-Dollar Cent war es sogar. Okay, dann hat Crypto.com, äh, hat CoinMarketCap aber hier nicht die richtigen Daten. Aber egal, auf jeden Fall gehe ich nicht davon aus, dass wir diese Kurse nochmal sehen. Von was gehe ich denn aus? Im bullischsten Case und das haben uns schon viele Altcoins gesagt oder gezeigt, die schon mal einen Bullrun hatten, dass zumindest das 0,5er bzw. das Golden Pocket ein mögliches Ziel ist. Hier würde ich sogar noch ein bisschen tiefer stapeln, das heißt charttechnisch, gut, wir haben das Golden Pocket hier oben bei 60 US-Dollar Cent, wir sehen hier nicht wirkliche Confluence. Die einzige Confluence, die ich dann schon eher sehe, ist hier im Bereich des 0,5er Fibonacci Retracement Level, dass wir hier mehrere Widerstände hatten, das heißt, das ist nach momentanem Stand mein bullischstes Case, dass wir hier in Richtung maximal 0,5er Fibonacci Retracement Level gehen. Das Bearish, was wir erreichen könnten, wären hier die 32 US-Dollar Cent, weil wir hier noch eine Ineffizienz haben, je nachdem wie wir die ziehen, also zwischen 32 und 38 US-Dollar Cent. Das sind so meine bullischsten Ziele, muss ich fairerweise sagen, weil es einfach mittlerweile sehr, sehr viel Konkurrenz gibt, überall auf der Welt verteilt und auch wenn die hier, die haben ja Milliarden in Marketing reingesteckt, merkt man natürlich auch, sind die Cashback-Raten runtergegangen und sowas, aber es sprechen sich ja immer mehr mittlerweile Alternativen rum, wo du auch deine Karte hast, wo du sogar ein komplettes Bankkonto inne hast, wo du zahlen kannst und sowas. Deswegen bin ich bei Crow relativ pessimistisch, dass wir hier vielleicht nur einen Anstieg von 300, 380 bis maximal 500% hier möglicherweise sehen. Also für mich sowieso kein Invest, ihr habt euch das gewünscht, deswegen habe ich gesagt, okay, wir gucken uns das mal ein bisschen näher an, aber hier muss ich sagen, ich bleibe dabei, für mich ist es kein Invest. Die Chance auf 500% natürlich ist da, das können aber viele andere Altcoins, wo ein bisschen mehr was tut, sowas wie Chainlink oder sowas auch mit einer gleichen Market Cap, kann da auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr passieren, meiner Meinung nach. Aber jetzt schreibt gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare rein, was haltet ihr davon, seid ihr investiert, würdet ihr gerne noch investieren oder sagt ihr, nee, bin voll bei dir, es gibt genug Alternativen. Schreibt es unten rein, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, wir hören uns dann zum nächsten Altcoin-Update-Video wieder, natürlich auch gerne mit euren Altcoin-Wünschen unten in die Kommentare. Das war es von mir, wir hören uns morgen früh wieder, bis dahin. Ciao, ciao und wie immer, stay quick.